Okay, ich hab jetzt was mir geholt und ja, jetzt fertig. Okay. Okay. So, bisher läuft alles ja sehr gut. Wieso habe ich das gesagt? Ganz ehrlich, wieso habe ich das gesagt? Nee, nur wegen dem einen Satz hattest du jetzt alles gesprengt. So. So, so. Hallo, springen Sie mal runter? Ich glaube, ich habe eins da vergessen. War da keins, wo da Geist war? Ach, das war da hinten. Stimmt, stimmt. So, da hinten haben wir und du Missgestalt zerpüßt dich einfach. So. Okay. So. Okay. Okay. So, okay. So. Okay. So. Du rührende Mistgeburt. Ich bin ja kurz ruhig, um das so hinzubekommen. Huuu, huuu, huuu. Klasse. Ach so, okay, ich verstehe, was ich machen muss. Ich verstehe. Ich muss als größte Gina-Lisa, äh, Gina-Lisa, komm, ich hab den Namen jetzt gerade. Aber ich muss eine Gina-Algiana sein. Um das jetzt hinzubekommen. Ah, fängt schon geil an. Ach ja, ich hoffe, ihr kommt klar bei dem einen Feuerwehr, da ihr wisst ja, wo ich am Ende den Kristall nicht bekommen habe, wo diese sieben Kristalle waren, ja, der letzte Part wollte ich nur. Ich hoffe, da kommen welche klar. Man muss einfach nur ein bisschen Anschwung nehmen, dann kommt man auch. Also nur ein bisschen Anschwung nehmen, dann schafft man das so. So wollte ich das nur kurz erwähnen. Nächste Welt. Ah, ich brauche hier, okay. Ich glaube, ich kann mich erinnern, was ich da machen muss. Worte ich nicht irgendwie Kohle oder so? Oh, ich glaube, ich habe nicht mal den jetzt gefunden. Klassiker, auch dann. Klasse, sehr gut gemacht. Oh Gott, das will auch jeder sehen hier. Gefälle ohne Ende. So. Nein. Fuck you. So. So gesagt, fehlen mir gar nicht mehr so viele Welten, weil ich... Also es fehlen mir noch, so gesagt, noch ein paar Welten, danach habe ich das Spiel auch schon durch. Da gibt es eigentlich nur noch die Bonuslevel. Ich frage mich, ob ich die machen soll oder nicht. Weil ich auf dem Bonuslevel irgendwie keinen... Jetzt keinen Bock so habe. Ah, so muss ich das machen. Okay. Wo bin ich gerade? Bin ich gerade in einem Paralleluniversum gelandet, oder wo bin ich jetzt? Hä, wozu hier bin ich jetzt? Und das Paralleluniversum ist ja schon klar. Den zweiten hab ich auch jetzt. Jetzt fängt nur noch... ...ein, äh... Wieso, Gautam? Wieso spielt sie nur so besch... Oh, das ist gesichert. Geil. Okay. Okay. Ich freu mich gerade, wo ich gerade bin. Bin ich in einem Paralleluniversum gelandet? In der Vergangenheit? Irgendwie sieht das so aus. Klasse. Und ich glaube, ich hab einen fucking Kristall vergessen. Das heißt gleich wieder Backtracking for the win. Oder ich hoffe immer, dass er da irgendwo oben ist. Ich kann sowieso das Level gleich nochmal machen. Okay, wartet. Okay, ich hab jetzt rausbekommen, wo der ist. Der ist hier. Also, in der Originalwelt noch. Hier. Wenn man hochgeht, muss man nach rechts gehen. Da ist der fucking rote Kristall hier. So, damit haben wir das auch erledigt. So, und jetzt nehmen wir uns eine Abkürzung, die ich jetzt auch davor gesehen habe. So, so, so. Und damit kommen wir viel schneller zu diesem Paralleluniversum. Dingsbums. Okay, ich bin in irgendeiner Wand eingeschlossen. So, damit haben wir eigentlich unsere drei, wenn man das jetzt so gedenkt. Wenn man das so sieht. So, jetzt muss ich nur noch die Cola nehmen. Ich hab die Cola. Ich geh jetzt auf die andere Seite. Wegen dem da. Und so. Läuft ja bisher alles gut. Und wir haben diese Welt auch geschafft. Als perfekt. Man kriegt doch irgendwelche Bonuslevel, wenn man alles perfekt macht. Deswegen mach ich das auch teilweise. Und uns fehlen noch Glocki 2 Welten. Und dann haben wir diese Welt freigeschaltet. Und dann kommen wir zur neunten Welt. Der geheimen Welt. Eigentlich gibt es nur acht Welten. Also so gesagt, ist das die letzte Welt? What the fuck? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh. 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 Ach ja, das da. Man muss da hoch und dann landet man wieder da oben hin. Okay. Yay. Klasse. Klasse doch. So was will man da immer sehen. Ich hab den einen. Okay. Jetzt kommt die nächsten. Leute, wieso... Wieso ich sterbe? Ich... 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 Nichts verstehen, ey. Ich bin... Ich verstehe nicht. So. Ah, okay. Jetzt muss ich da rein. Jetzt hab ich den auch noch. Ist klar, dass die über Feuer springen können. Ich bin... Musik Das war's für heute. Das geht. Und wir sehen uns im nächsten Part, weil das auch schon wieder 15 Minuten sind. Yay.